Der Mörder! Der ertrinkt! Der Mörder ertrinkt! Hat der Mörder ertrinkt und da ist er gestorben! Ich habe ihn ertrunken! Der Mörder lebt nicht mehr! Ich bin der Mörder! Und das hier habe ich erschaffen! Was habe ich hier getan? Was habe ich getan? Hier! Das habe ich angerichtet! Ich habe das da angerichtet! Wer hat das gesehen? Da! Die haben das gesehen! Die haben das gesehen! Die haben das gesehen! Die haben das gesehen! Diamantohr! Nein, ich meine Spinne! Diamant Spider! Diamant Spider! Warte! Da warte! Ja! Juhu! Ich bin verrückt! Au! Au! Spinne! Da warte! Da warte! Da warte! Da warte! Da ist er tot! Geh mir dein Lebensenergie! Geh mir dein Lebensenergie! Nur so kann Lowell neu erstehen! Haha! Der hat das gesehen! Er hat das gesehen! Er hat das gesehen! Er muss ertrinken! Er muss ertrinken! Die haben das gesehen! Oh nein! Odd Creeper! Ja! Oh! Das sind ja Freunde! Leute! Ist das hier ein... Ach! Ich will gar nicht wissen was das ist! Okay! Ah! Guck mal! Da ist eins von der, von der, von der... von der Golden Ores Mod! Oder wie die Mod heißt! Wo da drunter ein Lucky Block ist! Juhu! Bitt euch das an! Hier drunter muss also irgendwo ein Lucky Block sein! Ist der etwa ganz... Ey! Hallo! Äh! Noch tiefer! Äh! Alter! Der ist schon ein Einstein! Hä? Da! Oder? Tatsächlich ein Lucky Block! Was war da drin? Farbe! Ganz toll! 秋 pur! Dafür haben wir uns jetzt runtergebildet! Der Ender!? Dadoado, didado, 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 da ... Ich war das nicht! So, ähm... Hier könnte man eigentlich mal wieder ernten. Moment, wer bist du? Du lebst noch,... Das kann nicht sein! nicht die Städte Nein Nein, 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 Nein. Achso, ich kann den doch mit Fisch den ich nicht dabei habe heilen. So, also hinsetzen. Ah, Ruh, die sieht wieder normal aus. Hallo? Okay. Es wird Nacht. Ne, es war doch erst Nacht. Ich geh trotzdem nochmal schlafen. Hallo, Lekopa und LHK. Wir haben Lekopa und LHK gefunden. Hallo. Willkommen im Haus. Oh nein, nein. Überall, wo... Wo mehr als eine Fledermaus ist, taucht doch dann eine Hexe auf. Oder? Wo ist... Wo ist... Ah, da bist du ja. Ich dachte schon, LHK wäre weg. Dann machen wir dieses Ding hier mal wieder weg. Es ist immer noch nicht weg. Seit den ganzen Fahrten. Naja, ich hab doch noch keine Pause eingelegt. Was war das denn? Ach so, das ist... Okay. So. Das sieht aus wie so eine Eule. Also ich glaube, wir gucken uns jetzt mal um, oder? Wir nehmen uns jetzt mal eine Karte. Dann wird 10 von diesen Karten da. Man kann auch mehrere von denen machen. Habe ich gar nicht gewusst. Also wir fliegen jetzt auf jeden Fall mal da irgendwo rum. Denn da waren wir noch gar nicht laut der Karte. Jetzt habe ich mir die Koordinaten nicht aufgeschrieben. Oh, wo sind wir denn hier? Eine kleine Insel ist... Ach nee. Ach was. Ach was. Sind wir denn etwa schon so weit? Und das ist hinter dem Dschungel. Da ist noch ein Dschungel. Da steht denn die ganze Landschaft hier nur aus Dschungel. Ach. Das ist der Anfangspunkt. Hier haben wir doch angefangen. Hier war irgendwo noch eine Truhe. Und da ist Zuckerrohr. Am Anfang schon Zuckerrohr. Warum habe ich nur eins? Da ist noch... Ui. Ja. Haha. Und da auch. Da ist ein Sumpf. Da fliegen wir auch mal hin. Vielleicht haben wir ja hier sogar Glück mit dem Sumpfhaus. Ach nee, das... Nein. Unmöglich. Ach, wir fliegen schon... ...zu uns nach Hause. Okay, da sind wir auch schon. Wir sind schon zu Hause. Ja. Na leider weiß ich hier nicht. Ach, wir sind hier. Okay, hier weiß ich ja, wo wir sind. Hier waren wir ja vor einigen Parten noch gewesen. Bei der Unheil-Treppe, ganz genau. Da hinten ist unser Creeper. Sollen wir mal in den Nether gehen? Was meint ihr? Ich weiß es nicht. Sollen wir da ein bisschen mit... ...mit hier und hier ein bisschen rum experimentieren? Was meint ihr? Da kann ja nichts passieren. Da haben wir ja nichts gebaut. So können wir aber hier auch... ...dings kriegen. Ja, da gehen wir jetzt rein. Und dann... Tất